Nummer 1 Guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist das Sekretariat der Schiller Schule. Leider müssen wir den Elternsprechtag am nächsten Samstag verschieben, weil der Klassenlehrer Herr Burger krank geworden ist. Wir werden Ihnen einen neuen Termin für den Elternsprechtag schriftlich mitteilen. Nummer 2 Hallo Svetlana, hier Eva. Wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe dort angerufen und zwei Karten reserviert. Der Film fängt um 20.30 Uhr an. Wir müssen aber schon eine halbe Stunde vorher da sein, um die Karten an der Kasse abzuholen. Kannst du das machen? Ich muss nämlich bis 20 Uhr arbeiten und kann erst kurz vor halb neun zum Kino kommen. Danke. Nummer 3 Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter des Bürgeramts Hannover. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis freitags 8 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags 8 bis 18 Uhr. Außerdem haben wir auch an Samstagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen können Sie unsere Telefonhotline anrufen 0511 168 44 722. Vielen Dank. Nr. 4 Guten Tag. Hier ist die orthopädische Praxis Dr. Metz. Wir sind im Urlaub. Unsere Praxis ist bis zum 1. März geschlossen. In dringenden Fällen können Sie sich mit unserer Vertretung in Verbindung setzen. Frau Dr. Lohfert, Kaiserstraße 20, Telefon 069 23 44 89. Die Vertretung für Akupunkturbehandlungen übernimmt in dieser Zeit Frau Bergmann. Ebenfalls Kaiserstraße 20, Telefon 069 23 56 39. Ab 3. März sind wir wieder für Sie da.